Na hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und ich bin für euch in Dragonflight Now X und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Archäologie-Kisten und zwar wollen wir insgesamt 100 von den restaurierten Artefakten aufmachen beziehungsweise die müssen wir erstmal umtauschen und dazu laufen wir einmal hier zu dem NPC hinter und zwar dem Bran-Bronze-Bad der hat nämlich ein paar Artefakte, die ich haben will und zwar wollen wir die Trollischen kaufen, das sind die hier und davon brauchen wir auch 100, ups, einen habe ich jetzt schon gekauft also 99 noch und ja, die wollen wir dann quasi aufmachen jetzt bin ich gerade am gucken, ich habe gar nicht genug Slots oder muss ich noch ein paar von den grauen Sachen hier loswerden ein bisschen was weg hier, dass wir auch genug Slots haben gut, was will ich da rauskriegen? mir geht es um Zinnrock das ist eine Waffe, die wir quasi kriegen, wenn wir Trolle-Artefakte zusammensetzen deswegen kaufe ich mir hier quasi auch Trollische und ja, wenn ihr euch das interessiert, wie ich genau die Sachen gefarmt habe im ersten Teil habe ich es ein bisschen ausführlicher erklärt da könnt ihr gerne mal reinschalten so, jetzt gucken wir einmal in meine Tabelle die haben wir jetzt hier, vielleicht machen wir die ein bisschen größer und zwar seht ihr da, wie viel ich insgesamt schon aufgemacht habe also das sind die Sols, also wenn ich wirklich ein Teil hergestellt habe aktuell bastle ich das mit meinem Paladin und ich habe auch ein paar Sols mit anderen Chars mit dem Paladin bin ich aktuell bei 373 und insgesamt habe ich jetzt 665 Sols also mit den ganzen Chars zusammengezählt genau, jetzt würde ich sagen schauen wir mal rein genug Kisten haben wir jetzt machen wir das einmal hier auf wo haben wir das? Trolle und ich habe auch schon hier unten ein Makro dass ich halt diese Kisten da ein bisschen angenehmer aufmachen muss oder angenehmer aufmachen kann so rum dass ich nicht immer jede einzelne Kiste anklicken muss das ist da ein bisschen angenehmer falls ihr euch fragt, was das für ein Makro ist das ist einfach Slash, Use und dann halt der Kistennamen das könnt ihr mit jeglichem Item machen also alles was ihr irgendwie anklicken könnt was im Metall ist könnt ihr damit quasi auch ansteuern jetzt müssen wir bloß gucken dass wir hier nicht overcappen und zwar ja, okay das passt jetzt packen wir immer schön auch die Trolltafeln rein gucken wir mal, was wir schönes rauskriegen wahrscheinlich wieder einen Haufen grauen Rotz was haben wir denn? Zepter einen Blumentopf haben wir am Start eine Voodoo-Puppe die brauchen wir auch nicht komm, gib mir einfach Zinnrock rücks raus der Todesgrind könnte mal ein Ende haben ich hab hier schon zu viele Stunden reingehustelt ich sag's euch wär auf jeden Fall nice wenn das Ganze mal zum Ende kommen wird das ist nämlich das letzte Item tatsächlich was ich durch Archäologie brauche und so der letzte Hardcore Todesgrind den ich aktuell am Start hab und ja wär ganz nice wenn das mal fertig wär langsam bin ich mit meinem Serien-Marathon auch durch nebenbei guck ich mal so ein bisschen Serien weil Archäologie ist jetzt vielleicht so ein bisschen eintönig würde ich mal sagen und da musst du eigentlich so irgendwas in einem Film, in einem Serie irgendwas nebenbei angucken und ja mal gucken ob das hier was wird okay was haben wir denn hier zweimal diesen Säbel dann nochmal die Voodoo-Puppe Alt das muss man hier einsetzen es sind halt immer zwölf extra Fragmente ich hab mir mal einige gekauft davon und zwar lasst mich nicht lügen ich hab mir 300 Stück von gekauft für ein bisschen über 100k und mittlerweile hab ich jetzt gar nicht mehr so viele 134 also ich hab schon mehr als die Hälfte quasi durchgebrezelt von denen man kriegt ja aus den Kisten manchmal auch noch welche raus das seht ihr ja zwischendurch aber die Häufigkeit ist jetzt nicht so ja da habt ihr gerade gesehen da war gerade eins also da ist nochmal eins aber man braucht natürlich viel viel mehr von den Dingern als man hier rauskriegt deswegen hab ich die zugekauft dachte mir ich hol mir mal eine ordentliche Portion vor allem hab ich den Markt so ein bisschen verfolgt gehabt was die so im Schnitt kosten und hab dann halt mal zugeschlagen als die ein bisschen günstiger waren ich glaub für ein bisschen über 300 hab ich sie gekauft pro Tafel also es waren über 100k Gold was ich da rausgehauen hab aber wenn du überlegst zum Teil sind die auch bei 5, 6, 7, 800 da muss man natürlich dann mal zuschlagen wenn sie ein wenig günstiger sind so die meisten Kisten haben wir jetzt aufgemacht bis jetzt waren es nur graue Items wir haben jetzt noch 31 weitere jetzt gucken wir mal dass wir die noch alle öffnen übrigens da ich hier mit einem Zwerg das ganze mach hab ich eine erhöhte Chance quasi Relikte zu kriegen oder diese Fragmente und dementsprechend ja müssten es um die 15% mehr sein ich hab da mal auf www.head so einen Artikel gelesen äh wo einer das ausgerechnet hat ne wie viel wie viel mehr er dadurch kriegt warte mal eine können wir noch aufmachen hätte ich gesagt oh jetzt haben wir overcapped das hab ich zu zu oft geklickt ne gut egal 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 so wo ist Zinrock rückt's raus langsam könnt ihr mir was schöneres vorstellen als Archäologie zu grinden ich sag's euch oh weia viele Dinge hab ich leider nicht mehr so wie es aussieht ne 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 ist immer schön die Troll-Artefakte mit rein diese Tafeln ja sieht wohl schlecht aus für mich so wie ich das hier seh schaut wohl schlecht aus na gut dann machen wir die letzten auf und dann gucken wir mal vielleicht haben wir gegen Ende ja noch ein bisschen Dusel bisschen was sind diese grauen Sachen auch wert ne aber es lohnt sich natürlich auf keinen Fall dafür jetzt loszutigern was kriegst du da teilweise 5 50 Gold naja 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 das wird jetzt wahrscheinlich das letzte sein oder was wir bauen können vielleicht ist danach Zinrock drückt mir die Daumen oder auch nicht ja Leute auch der Skelett-Raptor am Anfang hat mir hier leider kein Glück gebracht sind wir wieder mit 100 Kisten durch ohne Ösch und Watt und ja wenn ihr wollt sehen wir uns dann gerne im nächsten Video wieder ich verabschiede mich an der Stelle und wenn ihr wollt sehen wir uns da wieder euer Tölar bis dahin ciao